So, Mutti! Ich komme! Alter, wenn die dreckige Bitch jetzt gleich irgendwo rumläuft, die Spock so um, ey! Okay, wir gehen in den Raum. Also, die Liege, da wo Mia drin war. Boah, Daniel, was haben wir jetzt hier? Boah, iiih! Ist das widerlich! Mist, 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 Mist! Ah, scheiße! Boah! Wie widerlich! Das Dumme ist jetzt gerade. Danke! Kann man das schon bewegen? Oh nein, ich soll nicht nach oben gehen! Es geht nach oben! Oh, da habe ich ja überhaupt kein Beat drauf! Aber soll ich mal nach oben? Cool, wir können jetzt sogar unter der Tür durchgucken. Flüssige Chemikalien. Aber nicht. Zwei haben wir davon, okay. Da kann ich ja nichts machen. Ah, jetzt müssen wir wieder runter. Äh! 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 Da vorne ist ne Kiste! Da vorne ist ne Kiste! Äh! Wollen ich grad irgendwas? Ne! Iiiiih! Überall dieser Schmutter! Ah! Das ist das Rad! Alles klar! Ne! Ist nicht dein Ernst jetzt so, oder? Obwohl, warte mal! Wir können... Scheiße, ich kann kein Brennstoff bauen! Aber... Wir brauchen ja sowieso... Aber Heilung... Kann ich die Kurbel mitnehmen? Kurbel, Kurbel, Kurbel! Warte um... Hallo! Oh Gott! Was ist... Achso! Ich hab gedacht, da ist irgendwas runtergefallen. So, wenn die Fiecher jetzt schon hier sind... Oh ne! Das speichert! Oh ne! Das speichert! Was haben wir das schon mal gemacht! Keine Aufwasserspeicherung! Alter! Was, alter... Oh... Was, alter, haus noch das... komm ich überhaupt hier wieder raus das ist schon mal wenigstens ein vorteil okay warte mal eingangs wohnzimmer da war es wohnzimmer ist zum markt galerie ich werde es noch mal anders machen weil ich da absolut kein bock jetzt gerade habe und da hinten bin ich gekommen kann ich noch mal rein ja das war doch wieder weggang bestimmt oder weil mich würde mich mal interessieren da ist die alte da ist die alte und hier rein schloss auf jeden fall laufen ich muss wahrscheinlich den anderen weg gehen warte mal ich komme da rum das ist die galerie und da hinten raus ich wollte aber noch mal hinter zum wasserspeicher das ist immer noch dort scheiße ich hab da eigentlich gar kein bock aber naja gut woher ist die kurbel überhaupt abgenommen ekelhaft die kurbel habe ich noch also da hinten war das dieses eine haus da genau da muss ich hin geradeaus durch da rein in der galerie wäre es eigentlich kürzer gewesen wir probieren es einfach aus mehr als wir sterben können wir ja nicht wenn man das ist da bin ich hier ich bin sehr ich bin ich bin ich bin durchs Esszimmer durch dann und hier komme ich nicht weiter gell die läuft doch noch so rum und Saloon hätte ich auch laufen können warum muss die alte ausgerechnet dort sein wo ich bin das ist doch schon wieder zum kotzen ich muss auf jeden fall na na oh das Viehzeug geht mir aber umsack oh 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 jetzt ist es was Was ist das? Scheiße, das Viehzeug geht aber auch nicht weg. Was ist das? 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 Crenschlüssel. Münze. Fahrflucht, Axt kombinieren. Was kann man kombinieren? Was ist das? Ich mach jetzt was nochmal eigentlich nicht machen sollte. Genau das. Jetzt haben wir die Crenschlüssel. Das ist nochmal sehr schön. Kombinieren. Kann ich nicht mehr machen. Verbesserst du Pistolen-Munition. Okay. Eine starke Flüssigkeit. Flüssige Chemikalien. Das probieren wir einfach mal aus. Nicht genug Platz. Wieso nicht genug Platz? Ich würde das mitnehmen. Okay, wir haben den Crenschlüssel. Die haben wir nachgeladen. Die haben wir noch nicht. Ich habe eindeutig echt ein bisschen zu viel im Inventar. Psychotonikum. Das schaffen wir weg. Aber das habe ich doch verloren gebrannt. Warum? War da hinten noch was? Kistenmäßig oder so? Nee. Da haben wir auch nichts mehr versteckt gehabt. Ist das aber auch Galerie? Geradeaus Galerieraum durch. Gucken wir, ob ich die Dreckische Bitch jetzt treffe. Die Schlampe, Alter. Oh, wir haben wieder 100. Stimmt ja. Ja. Der hätte ich es dann mitnehmen können. Ha 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 ha. Gut. Ja, meine Kleine. Ha ha ha. Verflucht das Arschloch. Zeig dir. Blöde Kuh. Blöde Kuh. Ja, Alter. Okay. Das mit dem Kränen-Schlüssel. Das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wir haben erst mal das so weit geschafft. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt geh ich erst mal schnell hier safen. Das ist mir alles ein bisschen zu... Bäh. Vor allen Dingen mal mein Inventar ein bisschen ausräumen. Kriege ich schon einen größeren Rucksack und trotzdem könnte ich ihn mir einstecken. Dreckige Bitch, Alter. Mit ihren scheißen Mücken, Käfer, Gelümpe. Was wo immer. Okay. Safer. Hammer. Weltklasse. Läuft. Boah. Steht da echt immer ein bisschen unter Anspannung. Aber echt ein Megagame das. Echt ein Megagame das. Echt ein Megagame das. Echt ein Megagame. Ein Gelaber. Okay. Auf jeden Fall bis zur nächsten Folge wieder. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.